Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, let's play Minecraft Bad Wars, neue Runde, neue Folge, neues Glück. Vielleicht haben wir diesmal mal ein Glück mit unserem Team, wir sind hier im Team Grün mit Miphi Minecraft, Fabo, Nero Bringeck und natürlich wir Ungelernt LP. Wollen wir gucken, ob wir in Team Grün jetzt wieder was reißen können? Ich glaube natürlich nicht. Ich lass mal gucken, welche Karte ist das überhaupt? Okay, Eisen, gibt's hier Eisen? Na, die gibt's da hinten in der Mitte. So, hier 1001, Kollege, Fabo. Geben Sie Gas, warum Blöcke? So, da kommt bestimmt nicht so weit, ne? Ja, gut. Erstmal reindrehen. Zumindest schon mal zum Eisen, so weit sollten wir kommen. Nicht ganz. Nochmal Schnellgelöcke und ab dafür. Die Ere sind schon beim Eisen, aber noch nicht weiter. So, ab. Oh, was? Oh, wie schade. Naja, wirklich viel verloren haben wir noch nicht. Ich hoffe nur, dass sie jetzt schnell genug in die Mitte kommen. Das wären wir nämlich mit ein bisschen Glück die Ersten. Und schnell. Oh, Jungs. Hol dir mal schnell das Gold. Wir rüsten uns mal ein bisschen aus. Ja, das gibt's noch nicht. Die snacken ja alles weg hier. Okay, Rot baut sich erstmal zu in der Mitte und versucht somit über die Runden zu kommen. Na, wir gewinnt. Okay, sind alle Nauen. So haben wir noch schnell zwei Eisen, aber zumindest noch nicht. Ich bin eigentlich drei Eisen, na? Damit wir noch ein ordentliches Schwert haben. Okay, Gabe on the road. Ich laufe mal schnell zurück und hol mir zumindest ein Schwert. Hier schreibt jemand Hacker. Wer ist denn der Hacker? Wir sind es auf jeden Fall nicht. Mit unseren Skills sind wir alles andere als Hacker. Da kommen wir jetzt noch mehr Blöcke. Da hat schon jemand einen Bogen. Team Lila ist ganz gut. Den bestecken aber Pfeile. Der kann es also nicht gewesen sein eigentlich. Schnell weg hier. Naja, es waren wieder zu viele. Wir haben aber auch noch jemanden getötet. Gleichzeitig sind wir aber vom anderen Gamer getötet worden. Ach, Mister. Dann kommt Farbo wieder. Dann kommt Farbo wieder. So, ab. So, weg. Down, da ist er down. Und der schießt irgendwo in die Valapampa. Dann haben wir schon übe, ne? Okay, ja. So kriegen wir ja auch nichts. Was holen wir uns jetzt? Von unseren drei errungenen Eisen holen wir uns... Einfach das Einfachste. Schlechte Schwerken oder schlechte Rüstung. Und versuchen damit einfach mal in die Mitte zu kommen. Vielleicht können wir einmal Gold saveen. Vielleicht auch nicht. Und da kommen schon wieder zwei rote. Nein, mich haben sie down. Kommt mit der. Einer ist da noch. Ne, es sind aber noch zwei. Die kriegen sie alle runter. Nicht schlecht, muss man sagen. Habt ihr gut gemacht. Schnell eine kurze Runde würde ich behaupten. Jo, da ist er down. Wir sind immerhin noch zu viel. Auch wenn wir null equipped sind. Ich versuche mal schnell mal ein bisschen Eisen zu holen. Immerhin 7. 8. 9. Reicht für das Schwert und die 3er Rüstung. Immerhin. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Ja, warte doch hier, lass mich doch einfach rankommen. Ja, das war klar. Okay, ungelernt ist alleine und ungelernt ist natürlich nicht so gut. Das wird ein kurzes Spiel werden. Okay, da kommt schon wieder einer. Lass mich in Ruhe. Da habe ich nichts getan. Okay, schade. Ich glaube, viel Energie wird er nicht mehr gehabt haben, vermute ich. War mal wieder leider eine kurze Minecraft-Runde. Waren wieder nicht so besonders erfolgreich. Hoffen die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ihr lasst eine Bewertung da und schaut vielleicht auch beim nächsten Mal wieder rein. Schönen Tag euch noch, schönen Abend. Tschüüüü!